Dann bringen wir mal die ganzen Quests zurück. Was geht euch durch den Kopf? Ah, ihr habt Mulans, äh, die Mulans gute Neuigkeiten. Die sind dann kamst du mehr wert als ihr Gewicht in Gold. Und die sind nicht gerade dörr. Was haben wir denn hier? Ha, offenbar war, ihr wollt dazu gerichtlich erfolgreich. Ich muss mir, muss dem alten Schmiedehammer wohl eine Runde ausgeben, wenn wir mit dem Durchhandel hier fertig sind. Das ist wirklich schade, genauso stirr wie sie sich verheten. Und wenn man mit ihnen reden wollte, waren sie auch im Kampf. Wäre gut gewesen, wenn sie dabei zu haben. Sobald das hier erledigt ist, werden wir eine einige Jungs aussenden, um sie zurückzuholen. Wir werden eine anständige Begegnis verschaffen können. Eine Schande um Droiz grenzt allerdings schon am Wunder, wie viele von uns herausgeschafft haben. Insbesondere bin ich nicht besonders überrascht. Diese Rüppel mit Domama sind Feiglinger. Sogar nachdem sie wussten, dass die Bitte von Kanger kam, wollten sie keinen Fuß aus ihrem Stall setzen. Ich habe allerdings das Moors an Bord geholzt. Wir haben drei Clans. Kanger wollte nach eurer Rücke mit euch persönlich sprechen. Geht und sucht ihn in der Stadt auf. Man sieht sie. Na gut dann. Sieben Level noch. Also im besten Fall noch sieben Pflanzen. Offensichtlich hattet ihr Glück mit dem Zurückbinden des Reiters. Auch der Zeitpunkt war passend. Wir haben gerade die Elementare zurückgeschlagen. Also sie werden genug Bewegungsfreiheit haben, um sofort mit einem Griff anzuführen. Danke, ihr seid ein wahrer Walker. Ein guter Walker. Fahrt mit euch. Danke euch und Lein haben wir genug Reiter zusammen, um den Kampf gegen den Schatten am Abend führen zu können. Wir sind daran ausgebildet, während des Fluges zu kämpfen. Aber ein, zwei Reiter, der sich um den Sturmhammer kümmert, ist noch wirkungsvoller. Ich dachte, dass euch diese Ehre gefallen könnte. Ihr seht, ihr sucht euch ein Greifen aus und schließt uns euch den Kampf an. Ihr solltet allerdings beeilen. Wir wollen auf vorab in der Stunde alles, was den Schatten mal gehört, von diesen schwimmenden Felsen beseitigen. Gerne, gerne. Äh, Sturmschild. Wir tun mal ein Triff und ein Bezug auf das. Okay. Wir tun mal ein Triff und ein Triff und ein Triff und ein Triff und ein Triff. Wir tun mal ein Triff und ein Triff und ein Triff. Das hat super geklappt. Das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, ich hasse diese Quest, ey. Okay. so oft geht es dann noch mal zwei wir müssen noch mal sechs töten so Okay Perfect ok können wir dann jetzt runter nein ok dann haben wir ihn als zweimal besiegt ok dann lasse ich mich jetzt also töten ich habe ihn als zweimal besiegt Oh ja. Wir haben es überlebt. Ist schon mal positiv. Was kann ich für euch tun? Genau so macht man das, mein Freund. Jetzt, da wir wieder ein rechtes Greifengeschwader haben, können wir den Kampf den Rest des Schattenhammers ausweiten. Ihr seid jederzeit willkommen mit uns zu fliegen. Mögen eure Reisen sicher sein. So. Dann wollen wir mal weitermachen.